Muss ich das erreichen? Nein. Kann sein, schon, oder? Wie? Oh, Alter, diese... Der Comic, aber ich bin ihr doch Angriffe ausgewichen. Das verstehe ich nicht. Na, noch mal, sag ich noch mal. Und man kann das ja nicht überspringen, ne? Hm. Das ist doch Schmutz. Wuuuuh. Junge, wie das knallt. Moly darf dich erwischen, ein Champion ist schneller, aber Justine ist schneller, um einem von Moly aus Angriffen auszuweichen drücke. Oh, während du hältst, um in diesem Ring auszuweichen, um in diese Richtung auszuweichen, ah, okay. Komm mal mit hier. Jetzt... Oha. Sorge dafür, dass Moly ihren letzten Champion-Moment an Gedächtnis behält, in dem du... ...Kickmaton führst, okay. Oh, jetzt hab ich einmal kurz gezwinkert. Oh, jetzt hab ich mal weins, Junge. Oh, jetzt hab ich mal weins, Junge. Oh, jetzt hab ich mir da. Was willst du tun, Mädel? Würd ich nie ganz tun. Oh. starke stückte und rei mit dir da war kein wasser im becken ab morgen das sieht er aus ach verdammt ist gut Aber ah ne, geht ja gar nicht. Muss ich ja erstmal. Das tut weh. Ich will mir das vorstellen mit meinem Knie. Wo denn los? Das tut weh. 2. 4. Mönchengladbach 1. 2. 2. Trem! 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Das tut doch voll weh. Lass mich doch wieder rein. Vor allem hatte ich doch auch nichts davon. Also nee, doch. Klar hat sie was davon. Was? Ausgeschrieben? Los, gib Gas. Ach, das ist doch fake. Mädchen. Mädchen. Ach, natürlich. Natürlich. Wenn der 10 zählt, dann läuft die Alte wieder los, ey. Bodenlos, ey. Der zählt 10 und die Alte rennt. Hallo, Trinkpause. Also die Kombi machen. Haben wir die schon mal? Oh, yes, yes. Boa! 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 Das war bodenlos, war das. Nicht wieder rausgehen! Lauf weg! Hey, hey, hey. Wegletten. Das hat mischen, macht aber... Das hat die... Das hat sie keinen Sinn. Schön auf dem Rücken. Das war's für heute. Okay, die hat er in den Gelben-Dance, ist gut. Der geht nicht zu spät. Warte mal, wo hatten die hier nochmal? Mittleres Seil bei stehendem Gegner, okay. Das ist aber nicht mittleres Seil! Scheiße! Hätte ich nicht hinrennen. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Oh, dreimal verkackt! Lass' mal rausrollen hier. Haaa! Ey, das ist so... Aber ich hab früher so oft den Controller ge... Ich wollte den Controller drehen. Ich wollte den drehen, obwohl ich den ja nicht drehen kann. Ja, ich wollte den einmal... ...90 Grad umdrehen. Ist so. Also ich glaube, dass ich hier auch irgendwann mal ausraste. Oh, Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So nehmlich! Oh, nein! Kletterer aus Mittelpräsidenten verpasst... Oh, nein! Kletterer aus Mittelpräsidenten verpasst... Also nochmal auf den Finisher hin. Also nochmal auf den Finisher hin. Was haben die denn immer? Wo laufen die denn immer gegeneinander? Wie ist nicht hin, wa? Bleib da, bleib da! Oh, nein! Immer wieder! Immer wieder das Gleiche! Oh Gott! Hat die mich getroffen? Momentan schon. Oh, das bin jetzt mal... Oh, das ist echt warm geworden... Das wäre so... Oh... Oh, das wäre... Oh. Oh... Oh, ja. Oh, ja. Nein! Ach verdammt, was will die denn immer draußen? Ich muss ja ja nur noch einen Fingersack geben. Jetzt bin ich aber lange benommen, ne? Wenn die mich jetzt mal nicht in Ruhe lässt, ich kriege auch... Das war schon wieder... Ja, du dumme Sau, Alter, rennst du da wieder... Nicht richtig ausrasten könnte ich da, ne? Nicht richtig ausrasten! Ah, du dumme Sau, du! Rein mit dir! Das ist wohl wahr... Gott, Resting Info! Vielen Dank für Dein Rate, bis sie wunderschön. Menschen. Habt ihr den richtigen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank für den Great Bitches. Wunderschöne Menschen. Freut mich sehr. Und herzlich willkommen, Wrestling Infos. Wenn ihr wissen wollt, wie es nicht geht, seid ihr genau richtig. Gleich wie es ist. Just Jewels. Funfreaks. Grüße. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Gut. Was, 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 was? Also ich sage gleich mal vorweg, ich habe das letzte Mal Wrestling gespielt vor acht Jahren auf der Playstation. Ja, okay, vor sechs Jahren. Aber ich gucke es. Wir spiele es nicht. Nein, nicht mit mir, Mädel. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut. Und ich denke mal, ihr habt auch Wrestling gespielt. Ach, vorhin diesen Testkampf und da war alles super. Und jetzt ist alles Schrott. Thomas, die Story ist alles gacker. Das ist der Anfang der weiblichen Story, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Story gestartet und ich wollte meinen eigenen Charakter nehmen. Vor sechs Jahren, das waren noch die guten Seiten. Ja, ist so. Mich hier, äh, ist so. Das waren wirklich noch die guten Seiten. Geh auf. Geh auf. Können Sie mal ein SO machen, wenn du noch da bist? Oder falls du gerade hörst? Falls ich es übersehen habe, dann danke. Was ist denn so wohnenlos? Ich will, also, ich will keine weibliche Story haben. Ich will schon, äh, ne? Richtig, mit meinem eigenen Charakter. Der Dumbatze. Ey, ich will hier mit der Alten nicht draußen sein. Die lässt sich nie wieder rein. Die lässt mich nie wieder rein. Geh weg. Geh auf damit. Ich doch. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier draußen ausgezählt werde. Ja, finde ich es auch doof. Wenn du Story anfängst, musst du komplett neu einen Charakter machen. Und dann guckst du es wie eine männliche Story. Also, ist das generell falsch, wo ich hier gerade bin? Und müsste ich, äh, eigentlich, brauche ich gar nicht machen. Müsste ich eigentlich rübergehen zu der anderen. Crabby, danke schön. Ach, du bist ja auch noch da. Ja, ich mache erst mal hier. Das machen wir hier gleich erst mal einen schönen Finisher, wenn wir voll haben hier. Ich habe halt auch noch nie auf, äh, auf Tastatur gezockt, ne? Das ist natürlich auch sehr ungewohnt auf Tastatur. Immer wieder ein Schuss. Na, ich wusste hier nicht, ob du was hörst oder, oder weiß ich nicht. Lass dich nicht beeinflussen von mir. Niemals. Von Zuschauern. Hier, Ringrichter, bitte, äh, bitte mal, danke. Der Ringrichter war schuld, der wird disqualifiziert. Und wieder rein. Hopp. Höh, 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 Diengler. Höh, Die Linien. Und wieder rein. Was? Okay, den nicht. Hä? Was war das denn jetzt für eine Aktion von ihr? Kann das nicht mal länger stehen? Hey, bitte zieh mich hier nicht rum. Ich bin kein Stück Dreck. Also. Oh. Alter, das war nicht mehr eine halbe Sekunde. Alter, das war nicht mehr. Alter, das war nicht mehr. Warte mal. Ich nenne mal Finisher. Greife Molly immer wieder an, bis der Finisher angezeigt gefüllt ist. Und du ein Finisher, vorrätig erhältst. Äh, vorrät erhältst. Klettere dann aufs mittlere Seil, um auf die Ecke zu gehen und drücke O. Und drückst, wenn du Molly in Position bist. Drücke gleichzeitig Mk. Warte mal. Okay. Aber das ist doch der andere. Moment. Noch mal ganz kurz hier beim Rufs gucken. Ja. Hab schon recht. Hallo, Raffus. Grüß dich. Raffus, wie geht's dir? Ja. So, jetzt sind wir eine Ruane-Welt-Piepsen hier. Also, beim Kämpfen hier rauf ist Tacke. Ich denke aber auch, dass es sehr interessant ist. Also, es macht schon Bock. So, wie war das jetzt? Jetzt hier raus wieder bei Legacy, ja? Weil, da ist nur weiblich, oder wie? Ich will ja... Okay, so, sehr gut. Du kannst jetzt gleich noch auf die Seite. Ich danke dir. Bist du auch so im Wrestling-Kucker? Oder guckst du gerade so aktuell auch Wrestling? Verfolgst du das? Oder so Funfreaks? Ja, komm. Ist es aber auch gut. Und die macht mir irgendwie Angst. Junge, mach das weg. Wenn ich nicht mehr wusste, würde ich sagen, dass du nervös warst. Das ist super wunderschön. Weil ich weiß, dass ich nicht meine Liebchen teilen habe. Nur Liebchen. Dass du nervös bist, um in den Ring zu kommen und zu tun, was sie am besten macht. Ja. Ah, okay. Also ich habe... Ich quatsch hier mal drüber. Ich habe sehr lange Wrestling geguckt, aber wo Corona angefangen hat, habe ich dann relativ schnell wieder aufgehört, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat zu gucken. Dankeschön noch mal, Egi. Mir geht's prima. Bin nur am Lernen für morgen und habe mich heute im Sport meinen Rücken irgendwie verringt. Tut auf jeden Fall immer noch weh. Was hast du denn gemacht für einen Sport? Ach so, und jetzt müsste ich dann... Okay. Alles klar. Dann weg hier. Ja.